Heute Buddha Day, jetzt essen wir was ja nicht voll verpennt, da muss man auch noch Vorricht auf Nachtschicht und habe was Gutes zum Essen drin, Frühlingsrollen und thailändischen Hundfisch, thailändisch Hackgleich, thailändisch mit Rind und Reis wird einfach Scharfütter bestimmt, auch wird bestimmt lecker sein, dann lass es mir schmecken Ich glaube, der kurze Clips kommt oftmals, aber besser auch, wie lange Clips sind abgegründet, wenn dementsprechend der Inhalt ist, mit Natur und so und ja, lassen wir es definitiv schmecken Wünsche ich euch was Das wird bestimmt ein großes Fest, da freie Metschuh drauf Schadekunde Stäbchen, die wir halt geabelt haben, egal, habsch, kommt noch eine Marge rein, oder? Super Super, duper, klasse Ich bin ja, 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 ich bin ja Amen.